Hallo, herzlich willkommen zurück auf dem Gremad Kanal mit mir und dem Kretschmer. Ein Wunder, wunderschön, genau, herzlich willkommen heute zurück auf den Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In einer momentanen, momentan ja guten Leistung, ja. Liga 2, es läuft für uns mit momentan. Und wir haben wieder Real Madrid, ja. Ich weiß nicht, ob es wieder dieselben Leutchen sind. Man weiß es nicht. Nein, sind sie nicht. Habe ich gerade schon geguckt. Ah, okay, hast du schon. So, dann wird es wohl ein anderes Spiel werden hier. Oh, jetzt rein. Der passt. War noch dran oder Eckert, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Aber das stimmt. Oh, erster Vorstoß hier. Oh, oh. Wir sind ja noch dran. Nein, genau die Lücke erwischt. Ja, stark Alaba. Schön, schön, schön. Ja, der war vielleicht nicht so stark. Ja, der war. Ja, da hat er mal eine Auswirkung gesucht. Muss ja auch mal sein, nicht? Klar. Schade. Stark. Das sieht gut aus. Ah. Haben sie gerochen, den Braten. Er feiert heute seinen Geburtstag. Ach. 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 Ach was. Ach was. Das war, glaube ich, ein Hummels Ding. Da ist er nicht mit hochgesprungen. Nee. Na gut. Wir liegen mal wieder zurück. Schülülülülülülülül. Sehr schön. Oh. Schade. habe ich noch ja habe ich noch so oder nicht dahinter gleich immer schön schön freigeschaufelt ich habe auch gedacht dass wir da in locker gericht wo der wichtig der wichtig gut ja gut dass noch von der ecke vorne ach schade oder einer jawohl nein nur sauber wer ist schon ronaldo der könnte sogar passen der musste aber auch gewinnen wo ist dabei aber deiner da kommt nicht runter aber wichtig nein aber der war na ach schade sehr gut der wird schießen eine ausgeglichene partie hier du hast bei mir steht spieler rufen die nach vorne peitsen da dachte ich okay habe ich jetzt habe ich noch ja ich habe noch versucht in den schuss flach abzudings aber war schon zu spät wo ja wohl was war das denn jetzt ich gehe reingelaufen der dacht doch dann nehme ich den ball war neu ja habe ich habe ich davon aber jawohl rüber rüber nein ich mach rüber zu rocken ich wollte eigentlich zu rocken haben aber gerade es kann das auch dieser junge alter geil dauert er seinen fuß dazwischen er ist sauber auch noch mit einem schwachen fuß schön schön gekonnt hat schön die lücke gesehen schön abgeschlossen perfekt und so wenn die wiener dann weitermachen taktik besprechen wahrscheinlich ich weiß nicht lass mich ein bisschen laufen schade an die flanke war dann zu spät naja ich mache ich schon und alles weg zu ja perfekt schade ich habe ich habe ich habe ich habe ich laufen wollte ich mach kein scheiß sehr wohl und gleich weiter jawohl lieber doch ich dachte der läuft ja 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 dennoch macht dennoch eigentlich eine ganz gute leistung um noch gut gegendruck gemacht erzeugt wie auch immer man das nennen mag und wieder hat der rahmen ist ein tor gemacht gibt es doch gar nicht nur ehrlich dieser junge unfassbar wir haben einen schluss sehr schön leider weil gespielt schade den hätte ich jetzt gerne noch geholt wenn ich dann weg gelaufen werde werde ich den besten wenn er es war klar dass er pfeift so so klar müssen aufpassen vielleicht okay dann bleibe ich an dem hier so da schein ich lupfen so hat er eigentlich nur die möglichkeit rein zu ziehen liebe riesigen sich da vorstellt wie geil neuer stark damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ich versuche noch mal nach oben ja passt schade aber der kurzmann ja auch nicht mit uns nicht mit uns ja ich bin ich bin ich bin ein köln so hoch schade ich habe noch mal wieder mit schicken hat nur jedes bin jetzt wieder geschützt zu langen hat das wird OPL dieser Bähne der Kopfwelle kann er anscheinend neid 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 doch da sind keine aller Wahlen er wird auf jeden fall ein angriffspunkt was machst du das neuer jawohl habe ich noch haben es kommt jawohl jawohl zu nutzen also hat er schon ich glaube der wäre gekommen aber der tor wahrscheinlich auch ein können der kopf der kopf das sagt er noch erste ecke die streete und schon gesagt ist ein tor schade dass mir nicht so einstellen kann der welcher spieler welche standards machen kann oder welche so weißt du kannst einsteigen linke ecke macht er richtig macht er kann sie nicht mittlerer freistos kurzer freistoß aber es wäre witzig wenn man einsteigen ok du machst linke ecke und mittleren freistoß und ich war elfmeter zum beispiel und ist das witzig vielleicht ein veränderungsvorschlag für 19 bald bald jubel nicht in mitte aber auch keiner frei steht viel zu frei neuer wenn wir neue mal nicht hätten auf jeden fall ja hier sind wir schon so zu dran aber die suchen die also er hat nicht steuert ihn ja auch ja das sind auch ja mach ich mir ein bisschen undurchsichtig ne wenn jetzt einfach einbringen würde dann ja so weißt du da ja wie er denkt er könnte mit bale aus jeder lage köpfen ja jetzt muss man ihn mal kriegen das wäre ja wohl schick 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 zu spät nein jetzt mit dem abseits ich war doch die ganze zeit in der eigenen hälfte nein ach so ja okay weißt du auch ja egal wenn ich mir nicht gedacht bei einer eigenen hälfte juckt da noch kein das ist ja schon mal der falsche richtung aber wir wissen jetzt nicht den sehr offensiv also wenn man sich sehr stark offen sobald sobald die irgendwie angreifen oder so müssen wir schnell davon sehr geil sehr sehr geil hätte ich nicht gedacht dass ich die noch kriege geschossen ja also nichts hier zack im sprung und 3 3 1 sehr geil ich werde nicht mehr ein paar alter was los dabei raus übrigens nach 1 0 rückstand was wir los wir holen ein rückstand in liga 2 auf wo auch gerade noch so gut wo auch gut ist an die alle schon in unserer hälfte die stehen ja und ab geht die post ab geht die post und es ist ja ich mache zu die runde ja was abseiten ja weil ja doch weil ich zu dem zappen stand ich jetzt habe ich dich drauf geachtet ich dachte einfach nur okay was läuft mit runter passen nein okay ist nichts normales ja ich dachte ich dachte ich ziehe es auch mal links nach links hätte ich nicht laufen können ja gut was sollen die auch machen achten siebteste volle offensiv zum aufpassen dass wir nicht na der hätte natürlich nicht rein dürfen ach ja jetzt werden hier einziehen können wäre es ganz gut okay du hast ab vorteil okay warum denn so ich mach mal eins zurück das ist vielleicht stark wo man das hier jetzt arbeitstier schade wirft ab die lewandowski sollte man vielleicht wechseln weil er keine formel ja und gleich jawohl perfekt was schon gepasst jörg-lose der jörg-lose 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 diese übersicht von uns mit dem übersehen jörg-lose jörg-lose leg mich am Arsch ey so nicht eigensinnig drauf gehalten nein hhh sehr geil ey aber alleine schon SS dieser Pass zu Robben sensationell geil ja auch schon ja und dann noch mal in die Mitte gelegt aber auch in die Mitte der Traum ein Traum ähnlich also war es ja und die da ich hab dann nicht mit grüßen reingeholt das und ich habe aber auch noch nicht lange ich würde sagen das war wahrscheinlich erst eine zweite Aktion ja solo schade geflockt das wollten sie sich nicht gefallen nein da war scheiße wo wir zurückfallt er hat sie gesehen und ich bin mir erst mal gelbe karte für groß so ich spiel jetzt oben rein ja wollte ich gerade sagen prima rein wenn die laufen wir hier schon ach hast du gesehen roppen zeigt wechsel an ich mag die ich mal video jawohl neun punkte dritter sieg in folge die bewegung in vollem alte wohl egal aber ich will ja noch gar nicht von reden ich will die klasse halten und da brauchen wir doch ein sieg ist gar nicht ich kann nicht anders die dauern noch sechs spiele zeit für ein sieg und ich habe das wieder gesagt und jetzt verkacken wir leute genau er kann es einfach nicht lassen er kann es einfach nicht lassen er muss einfach nicht er muss es einfach mal erwähnen ja man 2 4 sieg zum zweiten mal real geschlagen ja haben wir ja ich glaube wir kriegen auch keinen anderen gegner mehr großen in der liga aber ja ich bin mal gespannt ob wasser wasser bestimmt auch noch mal kommen in der nächsten folgen könnte ich wenden wett ich tun vielleicht gibt es bestimmt auch da ein oder andere ja man weiß es nicht mehr man weiß es nicht mehr ja so hier lieber noch sky 21 was glaube ich ne ja die ecke ja leute und dann soll es das schon wieder gewesen sein ja wieder mit einem sieg verabschieden wir uns das ist ja traumhaft ja das kann ja auch mit momenten gar nicht besser laufen der ronalde aufhalten müssten aber also bestimmt noch mal gedacht als riemer die noch und dann hier unsere schöne kombi zum letzten tor mit tiago so und dann bis zur nächsten folge leute kretschewatze sind raus jk jk j j j Vielen Dank.